Daniel Flottmann, 3 zu 1 gewonnen, nach einem 0 zu 1 Rückschlag gegen den Sportfreundel Lotte. Warum hat das erst so ab der 60. Minute gezündet bei euch? Ab der 60. Minute? Ja, ich denke, der ist wohl schon auf der ersten Halbzeit vorbereitet, dass wir da schweren Tritt kamen und so. Wir waren uns klar, dass es ein schwieriges Spiel wird, ein Spiel auf Augenhöhe. Und ja, ich glaube, dann haben wir ein bisschen gebraucht. Da ging ich recht, aber letztlich hat die Größe und Moral gesiegt und dann auch völlig verdient. Was hat das für eine Bedeutung für dich, als Kapitän heute aufgelaufen zu sein, zum ersten Martin? Ja, klar, ist natürlich eine riesen Ehre. Es gibt mir auch noch ein Stück weit Selbstvertrauen, klar. Und dann gegen Lotte, ich komme ja aus Osnabrück, das ist ja auch gleich um die Ecke und so. Dann pusht das natürlich nochmal, klar. Und ja, ich denke, dass ich die Woche dann als Kapitän gut abgerundet habe. Dann feiert schön und wir sehen uns dann am nächsten Mal. Danke, machen wir. Danke, machen wir. Danke, machen wir.